ich habe irgendwie so komische musik gerade ich habe gar keine musik ach so den pilz ja dann habe ich weggeworfen ich bin mal nicht sicher ich glaube das ist auch so ein gelber hier brauner pilz okay den braunen lasse ich mal drin wie inventar ist voll ich habe nur die axt rausgeholt ich muss immer noch eine tierfalle erstellen ja das habe ich gemacht da oben aber ich kann sie nicht mehr auffüllen die hat ja den fuchs gefangen warum auch immer den fuchs ich dachte sie kaninchen oder was auch immer konnte ich diesen jetzt noch mal machen warte mal hier nicht eine kleine ist dass das ist unten der letzte hier auch nicht aber ich meine kannst du nicht hier oben machen ich bin mir ziemlich sicher ich hab die normalen sehen sie ist da habe ich mal wieder recht vogelhaus fastbombe falle mit köder oh scheiße mann du stehst neben mir und siehst dabei zu wie mich ein zombie platt macht oder was ich bin ja im menü drin das habe ich nicht gesehen ich bin gerade reingekommen boah ja geil ganzes stück weg ich kann nicht aus dem menü raus kann man den jetzt auch weg machen hier den zum kleine tierfalle sollte ich eine kleine machen warte mal ich gucke noch mal kleine tierfalle ja da sind noch welche der hat aber die tür zugemacht freundlicherweise hinter dir ach so das ist der day one jetzt oder oder und ich habe keine pfeile weil man scheiß inventar voll ist ja ich habe kein live mehr wird fast der kommt ich kann aber keine pfeile benutzen was sind das für eine kacke du musst die einmal mit da reinlegen ich kann die aber nicht ich kann die immer noch nicht benutzen naja also ich kann es nicht aufziehen keine ahnung ich habe den bogen in der hand aber kann es nicht aufziehen kannst du die pfeile mal auf den bogen ziehen also du sie mal auf den bogen oder kannst du mir die hälfte der pfeile geben ich kann wieder was aufnehmen anscheinend das wäre jetzt scheiße wenn er unsere tür kaputt macht ja also der zombie erwischt mich nicht du erwischt mich die ganze zeit ja ich bin fast tot ok dann lasse ich es halt sein dann kämpfe alleine ich habe auch jetzt wo sind die riegel es ist aber auf jeden fall die welle was ich gesagt hatte was auf draußen ist noch einer guck mal das blut an ja komm her komm her dass man diesen scheiß bogen nicht benutzen kann verstehe ich nicht du bist du oh komm jeder hoch der läuft jetzt da oben den berg hoch kann ja darunter springen toll ich habe wieder pfeile gemacht und die sind wieder wahrscheinlich ja aber da hinten kommt noch mehr ab Toll, er ändert sich das. Mann, hört die scheiß Hordi endlich mal auf. Oh, jetzt kommt noch mal 4 oder 5. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber ich werde gleich überran. Ja, ich bin auch da. Aber das Problem ist, ich gehe runter. Boah, wie viel kommen denn da noch? Ja, müssen wir jetzt hier eine Stunde lang den Quatsch mitmachen oder was? Das ist hier voll nervig. Ja, anscheinend, ey. Und wieso kann ich diesen scheiß Bogen nicht benutzen? Ich gehe jetzt runter. Ja, aber dann bist du gleich tot. Ich kann keine Pfeile mehr herstellen, ey. Das ist doch so scheiß gemacht, ey. Mit dem Inventar. Warum kann man... Ich werfe hier Sachen weg, ne? Ich verbrauche Sachen und das auch von hinten. Da ist einer an der Tür. Drei sind an der Tür. Der rennt weg, der eine, okay. Oh, fuck. Die eine schreit immer... Ist das eine Schreierin oder was? Ich hoffe nicht. Das wird nämlich langsam echt nervig hier. Hallo, wieso kann ich ihn nicht mehr schließen? Nein, auch für Plastik braucht man ein Klebeband. Willst du mich verarschen jetzt hier, ey? Äh, wieso steht das Ding hier? Das ist eine Werkbank, aber die hat er auch verkehrt rumgedreht. Ich wollte, dass sie andersrum da steht. Er hat sie so dahingestellt. Ja, das drehst du mit der Maus. Habe ich gemacht. Aber... Stoff. Ja, super. Ach so. Ach, ja. Und mein Inventar ist wohl... Ne, eben sagst du es. Warb ich denn die Birne jetzt schon wieder her? Ach, jetzt habe ich Plastik und habe keine Nägel mehr. Willst du mich verarschen? Nägel kannst du hier herstellen aus Steiner. Oder aus Eisen. Ja, aber wo? An was? Hier, an der Bank. An der hier? Okay. Wie, Inventar ist voll. Ey, wenn eine Sache rausgeht, dann kann ich ja wohl die nächste aufheben. Wollt ihr mich verarschen? Ey, das ist ja das Problem. Ich will unbedingt diesen Scheiß, ähm, die Kiste haben, damit wir diese scheiß Inventar ändern können. Deswegen bin ich ja gerade das Seil am Machen. Habe ich es jetzt endlich? Och Gott. Aber, ja, ich habe das Seil, aber ich weiß nicht, wo ich die Kiste mache an den beiden Märkten. Ich habe jetzt wieder alles vergessen, ja. Die Kiste ist, äh, unter B und unter diesem, äh, Barren und dann, äh, Interieur. Ne, stopp, Entschuldigung, äh, ähm, Fire... Utility. Lagerkiste. Genau. Ach, da fehlt man das Plastik für. Da brauche ich aber auch kein Seil für. Warte, warte, ich gebe dir Plastik mit den Nägel hast. Hast du Nägel? Ja, ne? Zwei. Von fünf. Von fünf. Ich brauche. Hier ist das Plastik, es liegt hier. Ja, das ist schön. Ich schmeiße mal Bolzen raus. Weil die 20.000 Bolzen kann ich nicht. Wo sind die Bolzen? Ne, wo bin ich genommen? Nein, hallo. Äh, ich kann die Bolzen nicht nehmen, die hast du so rausgeschmissen. Die liegen, ja. Da. Wo Take steht. Aber nicht Take All, weil sonst nimmst du das daneben noch. Aber wie gesagt, man kann nicht damit schießen. Irgendwas ist nicht richtig. Also wir müssen vielleicht noch irgendein Seil oder so an den Bogen machen. Keine Ahnung. Oder muss ich die da drauf? Nein! Ne. Man zieht die da drauf, nun mal. Ne, ne, das ging nicht. Dann habe ich die nämlich rausgemacht dadurch. Ich habe keine Pfeile, ich habe die Pfeile wieder nicht aufgenommen. Witzig, wie veranschen oder was? Was ist das für ein Scheiß? Das Problem ist, eine Sache fehlt mir jetzt noch. So, ich habe jetzt 96 Pfeile, doch da dritten noch. Nein, ich habe es. Ja, das Holzbrett kann ich machen, aber wie gesagt, mir fehlen noch drei Nägel. Achso, warte mal, Nägel konnte ich aber mit Steinen machen, glaube ich, ne? Ja. Perfekt, endlich. Utility, Lagerkiste, zack. Stellen wir die hier in die Mitte hin, oder wie willst du die hinstellen? Erstmal so mittig? Warte mal, wo, was? Die Kiste. Ja, ja, mach, stell erst mal hin, wir müssen das sowieso hinterher gucken. Ich glaube auch nicht, dass wir hier bleiben, oder so. Boah, also ich schmeiße hier mal den Kupferdraht rein, so Dinge, die wir brauchen zum Basteln. Also zum Craften schmeiße ich da rein, ne? Oder, ja. Was mache ich mit den ganzen scheiß Bolzen? Ich habe auch so viele drin, ich weiß nicht, was der jetzt hier gemacht hat. Keine Ahnung. Das sind Armbrustbolzen, das ist nicht... Ich glaube, ich spinne. Weißt du was, die schmeiße ich jetzt weg. Oder tu sie in die... Wie groß ist denn die Kiste? Also die Hälfte ist belegt. Also ich habe jetzt wohl alles, was ich habe zum Craften, habe ich jetzt da rein gemacht, ja? Ja, warte, ich tue mein Zeug dazu. Beziehungsweise bin noch da dran. Ich tue mein Zeug dazu, dann stacken wir das. Achso, warte mal. Seil. Was muss ich denn da... Achso, ich muss die Tierfalle machen. Scheiße, dafür habe ich das Seil gebraucht. Moment, was brauche ich denn da sonst noch für? Den Rest habe ich noch. Okay, dann mache ich noch eben die Tierfalle. Die mache ich mal hier, keine Ahnung, in der Nähe hin. Einen Forschungstisch muss ich jetzt machen. Ja, den habe ich ja... Nee, den habe ich nicht gemacht. Den wollte... Doch, das ist der hier. Nee, das ist die Werkbank. Den wollte ich ja machen. Ging ja nicht. Konnte ich nicht machen. Weil mir das fehlte. Vier Nägel, das geht schnell. Aber das mit dem Seil ist so eine Sache. Nein, du brauchst... Ach, die Ranken brauche ich dann aber wieder zurück. Steine habe ich noch. So. Tu mal deine Pfeile holzend auch da rein, weil ich habe gefunden, warum das nicht geht. Weil wir brauchen Äste. Und Äste kriegst du doch nur mit... Du kriegst ja Äste her. Die liegen doch hier nur, ne? Dann hast du doch da. Ich brauche noch Ranken. Okay. Hallo. Also drei Ranken brauche ich mindestens. Ich weiß nicht, ob eventuell noch mehr... Ja, ich... Weil ich Äste hole, mache ich das gar... Aber ich brauche noch Steine, oder? Ja, man ist echt total verpeilt irgendwie mit den Steinen. Hier liegt noch ein toter Fuchs rum. Der ist wie unter deiner Falle. Willst du den aufnehmen? Hier hinten? Ich mache mal lieber bei mir. Hier bei mir. Hier hinten. Ja, meine Falle ist hier. Ach so, ist das gar nicht dein? Also meine wahrscheinlich. Nein. Ich muss jetzt erstmal kräften hier. Hoffe ich zumindest. Warte mal, was habe ich jetzt genau gesagt? Wie kriegt man Samen? Drei Seile muss ich mir machen. Aber es geht jetzt zumindest schon mal ein bisschen, äh... Dass man ein bisschen was machen kann. Das finde ich schon mal gut. Dass man jetzt nicht mehr so dieses... Alles ist so rar und wir können nichts craften. Weißt du? Naja, so. So, zwei Bretter brauche ich noch. Ja, aber es ist besser geworden. Müssen wir ja ganz ehrlich jetzt sagen. Ja, ja, mit dem Pfeil, das habe ich auch rausgefunden. Was für Pfeiler? Ja, wir haben Bolzen genommen. Bolzen sind für Armbrust. Ich habe gar nichts genommen. Ich habe die von dir aus Versehen alle eingesammelt, deine 100 Stück. Ja, ich habe die falschen gecraftet. So. So. Ja, jetzt ist das natürlich verbaut hier mit dem Ding da. Das heißt, jede Nacht ist wahrscheinlich so krass, oder? Ach du Scheiße, okay. Was jetzt? Wir können Pasta erstellen. Und Kuchen. Und Steakplatte. Und Donuts. Wir können uns selber was anfarmen. Also du weißt, was ich meine. Eieiei, Plastik. Ja, das muss ich machen. Plastik, Gummiring, Klebeband. Benötigte Materialien. Zehn Forschungsmaterial. Ach, das können wir, glaube ich, erforschen. Ich habe kein Stück Eisen mehr. Wieso habe ich kein Stück? Muss man das auch einsammeln? Ne, das haben wir schon erforscht, oder? Das Plastik. Weil das ist, das ist nicht, ähm, 20 Prozent zusätzlicher Schaden auf Zombies. Das ist noch, äh, braun. Ne, das müssen wir noch erforschen. 50. Wo kriegen wir denn diese, äh, dieses Forschungsmaterial eigentlich, ja? Ich habe welches. Ja, ich habe jetzt mal meins aus der Kiste rausgenommen, aber wo kriegen wir das grundsätzlich her? Das ist das Problem. Also ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal die Forschung für Plastik, Gummiring und Klebeband, würde ich sagen, ne? Ja, Plastik brauchen wir auf jeden Fall, ja. Weil ich kann, ich muss diese Forschungsstation auch bauen. Aber ich baue meine hier draußen dann irgendwie, weil das bringt es nicht, wenn wir das alles da oben reinbauen. Mist, mir fehlt ein Forschungsmaterial. Ich muss nämlich eine Fallenmaschine herstellen. Und das wäre jetzt die nächste zum Erforschen. Ne, warte mal, ich muss, hä? Jetzt steht was von Pendel? Ich habe gar nichts, ich habe gar kein Material mehr. Wo kriege ich denn ein Pendel her? Falle mit Köder? Was meinen die? Ach, das ist ein Pendel. Ach, du Scheiße. Ja, das ist nicht gut. Also zehn Seile brauche ich dafür. Die Nägel okay, die Bretter okay. Also vier Bretter, vier Nägel. Aber ich brauche dann noch zehn Seile. Vier Bretter, vier Nägel. Brauchte ich da jetzt vier von? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm. Ach so, ja, Bretter war das andere. Genau, vier Bretter. So. War das jetzt drin unter Mehler, ne? Ja, da muss ich irgendwie zehn Seile herstellen. Keine Ahnung wie. Ich würde sagen, das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Gerade wird es nämlich schon so ein bisschen hell und irgendwie kommt die Zombieherde auch schon bald wieder. Das ist schrecklich. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.